Hallo meine hübschen Asylions! Ja, heute soll es ein Jahresfavoritenvideo geben. Wir fangen mit der Pflege an und ich muss sagen, ich habe in der fast 5-jährigen YouTube-Laufbahn noch nie ein Video gedreht, für was ich mich tatsächlich wirklich lange vorbereitet habe. Also ich habe jetzt gefühlt anderthalb Stunden, was ist gefühlt? Es waren schon anderthalb Stunden, meinen Schminkschrank, meinen Pflegeschrank, alles durchgestöbert und haben mir gedacht, okay, was hat es verdient, hier reinzukommen? Und wie gesagt, ich wäre es definitiv Splitten und eins Jahresfavoriten und eins Dekorative und eins Pflege. Wir fangen mit der Pflege an und da muss ich gleich vorab sagen, ich habe euch ja vor kurzem erst mein Hautpflegeroutine-Video abgedreht und auch mein Haarpflegeroutine-Video. Das bedeutet, dass ich euch die Produkte jetzt nicht mehr zeigen werde, weil das sind für mich meine Basics, Haare und Gesichtspflege. Das ist einfach ein Muss, was jeder Mann, jede Frau betreiben sollte im Normalfall. Und deshalb ändert sich bei mir da auch nicht wirklich viel, weil ich habe da so meine Basics jetzt und deshalb wollte ich die jetzt nicht nochmal extra zeigen. Die Videos, meine Hautpflege und meine Haarpflege, falls ihr das noch nicht gesehen habt und das es euch vielleicht interessiert, verlinke ich euch das natürlich in der Infobox. Wir fangen sofort an und zwar habe ich doch noch ein Haarprodukt, was ich in meiner Haarpflege zwar angesprochen habe, aber ich glaube, es ist nicht ganz so gut rübergekommen. Und zwar ist das von Lee Stafford, das bekommt ihr bei Douglas. Und zwar das Treatment for Hair that never grows past as length as before. Also es ist sozusagen eine Maske, die man sich auf den Ansatz, also auf die Kopfhaut aufträgt und die das Haarwachstum beschleunigen soll. Und ich muss wirklich sagen, ich habe noch zwei andere Produkte, die ich jetzt auch seit drei Monaten nehme und wo ich wirklich das Gefühl habe, meine Haare wachsen dadurch wieder jetzt schneller. Ich habe zur Zeit zwar bekloppte Haare, das müsstet ihr in meinen letzten Videos irgendwann mal gesehen haben, weil die halt total trocken sind. Aber jetzt so von der Sache her muss ich wirklich sagen, sag mal, finde ich das wirklich, wirklich klasse, weil es ist vom Geruch her, der Geruch gefällt sehr vielen, mein Geruch ist es nicht. Das Problem ist, der Geruch bleibt in den Haaren, aber ihr habt dadurch wahnsinnig schöne Haare auch am Ansatz, also sehr, sehr schön glänzende Haare. Das Tolle daran ist, das fettet nicht, wie auch immer die das gemacht haben, das weiß ich nicht, dass das nicht nachfettet. Das ist jetzt schon meine zweite Packung und auch die ist gut benutzt. Der Geruch, man muss ihn mögen. Gut, wenn ich ihn jetzt wieder rieche, denke ich, wieder so schlimm ist er gar nicht, aber es riecht halt sehr, sehr, sehr stark parfümiert. Und ein bisschen mehr Natürlichkeit hätten sie da reinbringen können in den Geruch, finde ich. Aber ansonsten wirklich ein tolles Produkt. Wie gesagt, die Stafford bekommt ihr bei Douglas, da erfahrt ihr auch den Preis. Noch für die Haare, das habe ich euch auch mal gezeigt, aber ich glaube nicht in meinem Haarpflegeroutine-Video, deshalb zeige ich euch das jetzt nochmal. Und zwar ist das das Sonnenschutzspray von Balea. Das bringt ihr jedes Jahr aufs Neue wieder raus, von daher könnt ihr das entweder, vielleicht kriegt ihr das noch im DM. Bei mir, glaube ich, stand letztens sogar noch die Bodylotion und alles ist ausverkauft. Aber warte mal, ich glaube, das Haarspray stand letztens noch, also dieses Haarkor stand letztens noch drin. Sonnenschutzspray mit UV-Schutz bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haars ohne Ausspülen. Von Friseuren empfohlen. Das ist immer so eine Sache. Für trockenes, sonnenstrapaziertes Haar. Und ich muss wirklich sagen, also ich mag den Geruch ja total gerne, weil es riecht wie Sonnencreme, Urlaub am Strand, Naksch, Pida Colada, heiße Männer. Da finde ich eben auch, dass die Pflegewirkung wirklich sehr schön ist. Es ist jetzt natürlich kein super duper Wow-Effekt, aber ich sage mal, für das Geld, ich bin ja mit Haarprodukten außer Togorie sowieso ein bisschen empfindlich, also deshalb finde ich das wirklich, ist das toll gelungen. Es macht auch einen sehr schönen Glanz. Ich mache mir das immer nach dem Waschen ins feuchte Haar oder einfach, wenn ich mal Lust drauf habe, so ins Haar, weil ich finde einfach, das riecht unglaublich gut. Also ich kann es auch jetzt mal sprühen, weil ich heute noch kein... Also manchmal nehme ich das wirklich auch... Oh Gott, es riecht wie Urlaub. Also sofort, du sprühst das und bist sofort wieder im Sommer. Es ist draußen absolut Winter oder sagen wir mal die ersten Züge des Winters. Und wenn du das sprühst, bist du absolut wieder im Sommer. Also ich liebe dieses Produkt einfach schon wegen dem Geruch. Es hat für mich so diesen Wellness-Erlebnis-Faktor. Aber es ist natürlich auch wirklich von der Pflege her nicht schlecht. Also es ist wirklich ein absolut solides Produkt. Und deshalb wollte ich euch das auch noch zeigen, weil wie gesagt, in manchen DMs denke ich, kriegt ihr das noch. Und ansonsten bekommt ihr das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Also einfach schon mal so ein bisschen vormerken. Weil UV-Schutz, ganz ehrlich, braucht ihr auch im Herbst und im Winter. Weil heute ist zum Beispiel ein Tag, die Sonne ist richtig aggressiv. Ich war vorhin gerade auf dem Balkon. Es ist zwar kalt, aber wenn du in der Sonne direkt stehst, ist es wirklich richtig heiß. Und dann brauchst du trotzdem Sonnenschutz-Spray für die Haare. Also man schmiert sich ja auch im Skiurlaub Sonnencreme ins Gesicht. Also ne. Kommen wir jetzt zum Körper. Und da habe ich eine Körper-Lotion. Und zwar ist das meine dritte... Ich glaube, ich bin Mitte des Jahres draufgekommen durch Oma. Also ich glaube so im Mai. Und zwar ist das die Body-Lotion Classic Soft von Isana. Also diesmal sind wir jetzt im Rossmann und nicht mehr im DM. Mit Vitamin E und Kakaobutter. Und ich muss euch wirklich sagen, ich habe die euch schon mal in einem Aufgebrauch-Video empfohlen. Der Geruch ist einfach himmlisch. Die kostet, glaube ich, unter 2 Euro. Ich glaube, wenn die im Angebot ist, sogar unter 1 Euro. Und die riecht einfach himmlisch. Die ist sehr schön leicht. Ich kann euch das ja mal demonstrieren. Die ist sehr schön... Ihr seht das vielleicht. Die ist sehr schön leicht. Also die hat wirklich so eine ganz, ganz... Einfach eine ganz angenehme, zarte... Zart ist gut. Zarte Textur. Zieht sehr schön ein. Und hinterlässt aber so einen super schönen Pflegefilm. Und ich muss sagen, ich habe die jetzt... Benutzt die jetzt auch im Winter sehr, sehr gern. Weil ich einfach finde, dass die wahnsinnig gut Schienbeine pflegt. Weil ich... Mein Schienbein so trocken bin. Ich kratze mich da richtig blutig, weil das so trocken ist, meine Haut. Und da hilft die mir immer super. Da schmiere ich mir die ein bisschen dicker drauf. Lass sie dann schön einziehen. Und da habt ihr dann trotzdem noch so ein geschmeidiges Gefühl auf der Haut. Und von daher liebe ich die wirklich sehr. Und ich mag die auch vom Geruch. Die riecht einfach nur total frisch. Aber trotzdem hat sie so einen ganz weichen, cremigen Duft auch. Also ich liebe diese Creme. Und bei der werde ich, denke ich, dieses Jahr und auch... Also dieses Jahr sowieso. Aber auch das nächste Jahr bleiben, weil ich damit wirklich, wirklich sehr zufrieden bin. Und zwar gibt es von Balea das Duft... Äh, Duft. Na klar. Duschsoftölbalsam. Und das ist eine... Quasi Bodylotion für in der Dusche. Das gibt es ja in Nivea. War, glaube ich, die erste Firma, die das rausgebracht hat. Ist mir aber viel zu fett. Also vom Preis her würde ich mir nie kaufen. Und ich muss sagen, ich mag dieses... Dieses Gefühl, mich in der Dusche einzucremen, nicht. Habt ihr hier natürlich keinerlei reinigende Wirkung. Das steht aber auch drauf, dass es wirklich nur zum Creme ist. Aber das ist mir dann komisch. Also mich in der Dusche einzucremen, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so. Ich glaube, es gibt viele Leute, die lieben das. Aber mich in der Dusche einzucremen, das finde ich irgendwie... Und dann mit Wasser abzuwaschen. So weit geht mein Geist nicht. Da kommt mein kleines Gehirn irgendwie nicht so richtig damit klar. Cool. Weißt du was? Du kaufst dir das jetzt und nimmst das. Oh, jetzt klingelt's. Danke Gott, heute noch Unterbrechungen. Erste Zeugen vom Sofa, Tante. Unsere Nachbarin, die hat einen absoluten Knall. Hat schon wieder geklingelt. Sie hätte... Wir würden die Musik so laut haben. Hörte irgendwas? Sie hört anscheinend den Engel singen. Und jetzt war es die Post. Ich hoffe, ich kann jetzt ungestört dieses Video zu Ende drehen. Kann ich sagen. Jetzt klingt das natürlich so. Franzi, warum zeigst du das dann in deinem Jahresfavoriten-Video? Ganz einfach deshalb, weil das ein tolles, tolles, tolles Produkt ist, um sich erstens die Beine zu rasieren damit. Also quasi, ihr cremt euch damit die Beine ein. Ich rasiere mich immer in der Badewanne. Ihr cremt euch quasi die Beine damit ein. Und dann rasiert ihr das damit. Und das funktioniert so super, weil... Ich glaube, die Jules macht das auch. Ich habe das bei der Jules auch schon gesehen. Ich mache das jetzt mittlerweile auch schon seit... Ich glaube, ich habe das erstmal in einer anderen gemacht. Auch von Balea mit dieser blauen. Aber die finde ich noch besser. Ich mache das jetzt, glaube ich, seit April oder auch so seit Mai rum. Und seitdem mache ich das nur so. Also ich rasiere mich tatsächlich nur noch mit dem Zeug. Weil, also als Durchspart oder als Indurchbody-Duschen benutze ich es wirklich überhaupt nicht. Sondern nur zum Rasieren als quasi mein Ersatz für Rasierschaum. Also ganz, ganz tolles Produkt. Gerade dafür, wenn ihr vielleicht auch nicht so Fan von solchen Sachen seid. Aber vielleicht sagt, gut, den richtigen Rasierschaum habe ich auch noch nicht gefunden. Und meine Haut ist nach dem Rasieren immer so trocken. Dann probiert das mal aus. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Also für mich funktioniert das super. Und auch in allen Bereichen oder in allen Bereichen meines Körpers. Kommen wir nun zu Baden. Ihr wisst ja, ich liebe Baden. Und ich habe da... Ich nehme natürlich meine Badeessenzen immer. Das liebe ich ja. Aber ich habe ein Produkt für mich entdeckt, was ich wirklich... Das ist jetzt meine dritte Pulle und das ist teuer. Aber das wird, glaube ich, mein Liebling bleiben. Und es ist nicht limitiert. Das bedeutet, ihr bekommt das. Das ist von TITISEPT das Schaumwelten. So neu ist das auch gar nicht mehr. Traumstunde. Pflegendes Creme Schaumbad mit Acai-Bären und Brombeer-Duft. Also es ist erstmal ein wirklich toller Schaum. Auch ein schöner, fester Schaum. Ich mag diese weichen, fluffigen Schäume nicht so gern, weil die schnell verschwinden. Ich liege meistens eine Stunde in der Wanne auf jeden Fall. Und da muss ich wirklich sagen, der Schaum hält auch wirklich die Stunde aus. Und deshalb ist es für mich ein absolutes Top-Produkt. Der Geruch ist klasse. Und ihr habt hier drin, wie gesagt, diesen Jojoba-Öl-Extrakt. Und dadurch pflegt das die Haut auch ganz, ganz toll. Also wirklich ein tolles Produkt. Was ihr nicht machen könnt, ist das Produkt nehmen und euch dann in der Wanne gleichzeitig noch die Haare waschen. Das funktioniert nicht, weil dann habt ihr absolut fettige Haare. Das ist was, was nicht funktioniert. Das funktioniert zum Beispiel bei vielen Dresden-Essenz-Bedon sehr, sehr gut. Weil manche sind dann ja nicht so pflegend, da könnt ihr das machen. Aber bei dem hier ist wirklich Jojoba-Öl mit drin. Und dadurch werden die Haare eben dann nach dem Waschen denkt ihr, ich habe das einmal gemacht und habe mich dann gewundert. Das lag aber daran. Und es riecht einfach nur wahnsinnig... Es riecht einfach nur wahnsinnig göttlich nach irgendeinem Himbeer-Prombeer-Kompott mit so einem leichten Parfümen-Einschlag mit drin. Also mein absolutes Lieblings-Lieblings-Badeprodukt. Mit so Lippen. Und da habe ich meine Haut- und Kindercreme. Das ist also von Kaufmanns. Die Haut- und Kindercreme, die ist jetzt glaube ich auch schon wieder... Boah, ich kriege sie gar nicht mehr. Und ja, ich habe in diesem Jahr glaube ich drei Pötte davon leer gemacht. Ich nehme die natürlich nur nachts. Schmiere die mir dick auf die Lippen. Und das ist für mich einfach das beste, beste Produkt für trockene Lippen. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe auch meinem Freund nach Afghanistan welche geschickt. Weil er natürlich auch sehr, sehr trockene Lippen hatte dort durch die Sonne. Und er hat damit einige Kameraden angesteckt. Und ich musste dann eine Ladung Kaufmanns-Kindercreme nach Afghanistan schicken. Weil das wirklich, wirklich ein ganz tolles Produkt ist. Und ich bin ein Mensch, ich kann euch wirklich sagen, was eine gute Lippenpflege ist. Weil ich nicht wie andere YouTuber vielleicht schon total zarte Baby-Lippen habe. Und vielleicht manchmal so ein kleines bisschen Hauch von Trockenheit. Sondern meine Lippen sind furztrocken. Meine Lippen sind total manchmal aufgerissen. Richtig blutig, dass da so ein richtiger Grin drauf ist. Das klingt jetzt eklig. Aber ich reiße mir meine Lippen selber auf. Und das im Schlaf manchmal, wo ich das gar nicht merke. Und wenn ich dann zum Beispiel an dem Tag, wo ich frei habe, mir das tagsüber auch mal drauf schmiere. Es ist wirklich am nächsten Tag so gut wie passé. Ich schmiere meine liebste Maske für dieses Jahr aus Akkorn. Und das war schwer. Weil ihr wisst, ich liebe Masken. Und ich kenne alle Masken im Druckeriesortiment bei Rossmann und DM. Bei Müller ja leider nicht, weil ich da nicht hinkomme. Und da muss ich euch wirklich sagen, ich habe mich tatsächlich für die Sorthouse Luxusmasken entschieden. Stellvertretend für alle habe ich jetzt die Antistressmaske. Es ist für mich, diese Sorthouse Masken sind für mich die besten Masken. Die Merz sind auch gut. Die Rivaldi Loop sind auch toll. Bei Lea sind auch gut. Musst du aber aufpassen, was du für eine nimmst. Aber bei Sorthouse habe ich noch nicht eine Maske gehabt. Und ich habe alle Masken von Sorthouse schon durchgetestet. Ich habe noch nicht eine, die mich nicht überzeugt hat. Nicht eine einzige. Und deshalb ist Sorthouse für mich die Maskenmarke des Jahres. Auch die Peeling Maske ist super schön sanft. Und für mich einfach das Maskenprodukt des Jahres. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Antistressmaske. Aber stellvertretend für alle Sorthouse Masken. Weil die auch ganz tolle Kombinationen haben von den Inhaltsstoffen. Also Sorthouse ist auf jeden Fall toll. Und solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr auf Masken steht. Meine Lieblingshandcreme ist, und die reicht mir immer ein Jahr. Also die habe ich mir, glaube ich, letztes Jahr im Dezember gekauft. Und die geht jetzt leer. Und zwar ist das von Neutrogena. Norwegische Formel. 50% gratis waren hier drin. Und zwar die Handcreme konzentriert 300 Anwendungen. Und das stimmt tatsächlich. Ich glaube, ich habe sogar noch mehr Anwendungen daraus bekommen. Es ist für mich einfach die beste Handcreme, die es gibt. Ich habe sehr trockene Hände. Mein Freund hat sehr trockene Hände. Und wir machen uns damit auch gegenseitig gerne mal eine Handmassage. Es ist eine ganz tolle Creme. Es ist halt wirklich hochkonzentriert. Der braucht extrem wenig. Es ist keine Creme, die ich mit auf Arbeit nehme oder sowas. Da habe ich eine andere Creme. Dann wechsle ich immer mal ab. Sogar auch Essence nehme ich da. Weil ich da einfach nur für den Moment. Aber wenn ich dann mal wieder kassiere oder sowas, dann brauche ich natürlich gebrauchsfähige Hände. Und das ist natürlich hier nicht so. Also ihr habt dann wirklich einen schönen Film drauf. Aber die trage ich mir besonders auch nachts sehr, sehr gerne auf. Und am nächsten Morgen habt ihr butterzarte Hände. Und die soll auch für die Nägel sehr, sehr gut sein. Ich habe über die auch schon sehr, sehr viel Gutes gelesen. Und die nehme ich jetzt schon seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Und deshalb muss sie auf jeden Fall mal in den Video. Weil ich glaube, ich habe sie noch nicht erwähnt. Weil es für mich so ein Basic-Produkt ist. Ja, ich creme mir halt die Hände ein, wisst du. Und deshalb habe ich die noch nie weiter erwähnt. Aber sie verdient es auf jeden Fall erwähnt zu werden. Das ist eine ganz, ganz tolle Handcreme. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Video zu drehen. Es ist natürlich nicht sehr viel Pflege. Weil wie gesagt, Haut- und Haarpflege habe ich schon abgetreten. Und das wäre jetzt Quatsch. Wenn ich jetzt zu den Produkten euch nochmal dasselbe erzähle, was ich euch schon erzählt habe. Deshalb sind die zwei Videos für euch unten in der Infobox. Und ja, ich werde jetzt für euch noch das dekorative Video abdrehen. Das wird sehr, sehr lustig. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal, meine Haseleins. Macht's gut. Tschüssi-lein und Knütschlein. Macht's gut.